Ich bin aus meiner Heimat nach Deutschland gekommen Um Familie zu ernähren, hab sie nicht mitgenommen Mein Job der ist geplatzt, Dokumente sind nicht wert Ich frag mich Barin, aber kümmer mich daran Ich hab genau so viel gelernt, gespickt und geschwitzt Man hat es dort nicht einfach, denn das Leben ist kein Witz Jetzt mach ich einen Scheißjob, kann mir kein Bandticket leisten Ich seh die Kontrolleure und die hasse ich am meisten Ich hab keinen Fahrschein, bitte, dann kommt jetzt die Polizei Ist mir scheißegal, bitte ab auf die Wache nach Mitte Früchte auf die Arbeit, muss die Kaka abkratzen Bin wie immer viel zu spät und mein Boss macht wieder Faxen Bist du wie ein Krab? 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 Alle sind verkraft! Nach vier Stunden, aber gehst du endlich nach Hause Ich denk, jetzt ist Ruhe, doch noch lange keine Pause Oh Gott, ich hab vergessen, es sind drei Kinder noch zu Hause Papa, ich brauche dies, Papa, ich brauche das Die scheiße Kinder sind am Nerven, das macht doch keinen Spaß Niemals hör ich Danke oder Pass, was willst du essen? Ich denk nur an euch und hab mich wieder vergessen Das Geld hängt nicht an Bäume und ich find's auch nicht im Lokus Für euch ist alles einfach schnell mal Hokus Hokus, Hokus, but I'm Brokos Bist du wie ein Krab? 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 Alle sind verkraft! Jetzt hab ich mal das Sagen, hör mir einfach mal zu Ich weiß, ich weiß, ich weiß, unsere Eltern reden viel Mach dir mal Gedanken, was sie alles durchhaben Welche sind gewandert ohne Essen, ohne Trinken Welche waren auf Booten mit Kranken, mit Leichen Du und ich haben ein tolles Leben Türken, Araber, Albainer, Chinesen, Ghana Lass uns zusammen, halt nur unsere Eltern stolz machen Bist du wie ein Krab? 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 Alle sind wie ein Krab? Bist du wie ein Krab? Amen. Bist du wie ein Krab? Bist du wie ein Krab? Bist du wie ein Krab? wir sind jetzt fertig mit dem wir sind mit der vorbereitung fertig hast du noch das skript im kopf oder ja mit mir oder mit wem redest du ja mit wenn du redest mit mir sagt mein name okay das skript was du uns geschickt hat ist aber hier ist anders warum ist bei deinem apofon anders und bei meinem papier ist anders das hast du mir geschickt wie meine kinder hat mir hast du geschickt im anwes hast du ihn geschickt aber hier ist anders ich habe so geschickt ich habe so geschickt wie du sie geschrieben hast okay wenn du sagst so ja ich kann aber ich kann alle macht der musik an wie mag alle schon ich habe kein sein muss jetzt machen wir haben alles dabei so mikrofon und so ja genau box wo ist die box wo ist die box du hast gesagt du bringst die bauern fragt meine kinder vor der box du kannst nicht reden mit mir du hast die box wenn du hast nicht die box bitte gehen nach hause ich habe keine box ich wohne im bedding will mir sagen du hast keine box du lügst so viel ich lüg mir ich ruf andere video marka kinder begin ich brauche jemand der marken was soll das denn jetzt wieso gehst du denn jetzt gehen kinder alle gehen mal kam raus danke anke die ja dass du und ich habe unsere assistenten hat die mitgebracht also du du bist unser leben retter ja warum warum ist warum ist warum bist du hast schöne regen woher hast du diese ja diese ist purple daimon aus afrika südafrika hat mir der kunig gegeben als geschenk welchen könig denn du bitte red nicht mit mir bitte ich bin sauer sei einfach leise ja er macht gleich kein video ist er das dritte mal wieder hast du noch musikvideos geguckt so vorher vorbereitet alle michael jackson mc hammer james brown alles du musst auch tanzen gleich ne ich kann tanzen okay wir fangen an kinder seid ihr bereit okay anfangen ja okay